There he is, man. Jo Leute, willkommen zu diesem weiteren Vlog, Leute. Oh mein Gott, bin ich hyped heute auf diesem Vlog, ohne Witz. Auf diesen Tag habe ich schon ewig gewartet, Leute. Ihr seht es im Titel, heute bekomme ich endlich meinen Playbutton. Und das Geile daran ist, ich weiß null, wie ein, vor allem ein 100.000 Abonnenten-Playbutton, habe ich keine Ahnung, wie der aussieht. Es gibt jetzt neue, also ich bin sozusagen einer, der einen neuen Playbutton bekomme, nicht dieser alten. So sehen die alten aus. Und ich bekomme einen der neuen Playbutton. Da bin ich auch mega hyped drauf. Und allgemein, Leute, so was wollte ich schon immer mal haben. Und der ist heute angekommen bei meiner Oma. Und ja, den wollte ich mir auf jeden Fall heute abholen. Ich bin auf jeden Fall super, super, super hyped darauf, um ihn auszupacken und wie der verpackt ist und so. Ich habe mir tatsächlich noch nie ein Video dazu angekommen. Und ich würde sagen, jetzt packe ich meinen eigenen Playbutton aus. What the fuck? Leute, ich bin jetzt bei meiner Oma. Und oh mein Gott, was ist das jetzt hier, Leute? Hier steht auf jeden Fall schon mal YouTube drauf. Moni, ich habe endlich in meinem Leben was erreicht. Guck. Weißt du, was da drin ist? Nee. Ein Orden drin, dafür, dass ich 100.000 Abonnenten erreiche. Du hast doch mehr als 100.000. Ich weiß. 500.000. Ich weiß aber, man bekommt bei 100.000 ein und man bekommt bei 1.000.000 ein. Das ist jetzt bei 100.000. Das ist zu spät, viel zu spät. Oh, ne Witz. Geil, okay. Moni, richtig. Hast du nicht jetzt immer gefilmt? So, ne. Ich gehe nochmal, ne? Ah, Leute. Ein besonderer Moment für mich. Ihr kennt es, Leute. Ich labere nicht lange rum. Wir machen es einfach mal auf. Oh my gosh. Okay, ich bin gespannt, wie geht das auf hier? Ah, okay, hier. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich an der Box nicht aufreiße und durch die Gegend werfe, wie sonst eigentlich immer. Okay, Leute. First reaction. Hyped, Alter. Hyped. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ich realisiere gerade erst, was das bedeutet. Egal. Oh my God. Ich dachte schon, er steht jetzt direkt da, Leute. Ich muss das nur noch so machen und dann ist er einfach fucking wein. Ich kann das nicht machen, Leute. Das ist gerade so übelst emotional, Mann. Oh my God. Leute, 300 fucking Tage fast schon jeden Tag ein Video, Leute. Let's go. Ah, Frank. Okay. Immer noch einmal eine Nachricht, Leute. Oh, auf hier richtig gutem Papier, Leute. Cool, dass ich kann... Ey, Alter, ist das krass. Alter, ist das krass. Alter, ist das krass. Ich habe gerade kurz gedacht, dass er ein Rechtschreibfehler drin wäre, aber, Leute, ich habe nicht verkackt. There he is, man. Oh my God, man kann sich selber da ran sehen. Alter, krass, das ist scheiße, Leute. Hallo, Leute, da seid ihr. Mega, mega, okay. Okay, kleine Montage, Leute. Auf jeden Fall eine krasse Sache, Leute. Ich kann gar nicht glauben, dass es einfach wirklich so passiert ist, Leute. Alter, ich habe einfach den 100.000 Abonnenten Playbutton in der Hand, Leute. Oh my God. Ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt gerne mal mein Instagram-Bild angucken, was ich dazu gemacht habe. Das ist auf jeden Fall lustig geworden, Leute. Ich gucke jetzt... Jetzt schauen wir aber mal, wie wir den irgendwie aufhängen können bei mir im Zimmer. Leute, ich habe jetzt gerade versucht, meinen Playbutton aufzuhängen und das ist passiert. Scheiße, okay. Auf jeden Fall, die To-Do-Lüste kommt natürlich nicht von der Wand runter. Ich wollte nur mal wissen, wie das aussieht und das ist passiert. Wäre eigentlich total witzig, wenn ich den jetzt einfach so hängen lassen würde. Das wird zu Hey Moritz passen, Leute. Ich weiß nicht, wollt ihr, dass der Playbutton dafür immer so schräg hängt? Nein, ich weiß nicht, Leute. Oh my God, ich habe die Idee. Ich hoffe, ich zerstöre die jetzt nicht, aber... Okay, sieht kacke aus. Okay, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wo ihr Bock habt, den Playbutton hinzuhängen, Leute. Ich weiß es auf jeden Fall noch gar nicht. Schreibt mir mal Vorschläge rein, Leute. Ein sehr emotionaler Tag für mich auf jeden Fall heute. Ein großer Meilenstein in meinem Leben. Finde ich auf jeden Fall echt mega krass. Also ich habe immer gedacht, wenn ich irgendwann mal so einen Playbutton habe, Leute, dann muss man so krasser YouTuber sein oder so und whatever. Irgendwie ist das komplett komisch, jetzt einfach selber so einen Teil zu haben. Und vielleicht irgendwann noch das eine Million-Ding. Ach du Scheiße. Naja, Leute, auf jeden Fall mega krank, was man über die Zukunft noch bringen wird. Ich bin auf jeden Fall hart gespannt und hyped für die Zukunft. Leute, lasst einfach mal ein Like da auf dem Video, meine Frasse als... Leute, okay, wo wollt ihr den Playbutton hinhängen, Leute? Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Denn hier gibt es täglich Videos, Daily Vlogs, Leute. Oh my God. Checkt mal ein neues Instagram-Bild ab, Leute. At das Hey Moritz. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Und ja, haut rein. Ciao. Wir sehen uns auf jeden Fall.